Agatha Merkwürdens Racheblumen von Nikola Skinner. Es liest Sascha X. Dies ist eine Warnung. Es kommt bestimmt nicht oft vor, dass du ein neues Hörbuch beginnst und als erstes gesagt bekommst, es sei gefährlich. Aber wenn du die Tatsachen und nichts als die Tatsachen hören möchtest, dann lauern in diesem Hörbuch eine Menge Gefahren. Naja, streng genommen lauern vielleicht eine Menge Gefahren in dem Hörbuch. Niemand hat auch nur das Geringste beweisen können. Das Risiko besteht aber trotzdem. Deshalb musst du diesen Sätzen aufmerksam lauschen, bevor du zum ersten Kapitel springst. Niemand ist sicher. Mädchen, Jungs, Mamas, Papas, Schwestern, Brüder, Tanten, Onkel. Sogar diese Ur-Uhr angeblich sind wir verwandt, aber du kannst dich nicht mehr erinnern, wie Verwandten, die du einmal im Jahr siehst. Jep, sogar die. Ihr befindet euch jetzt alle in der Schusslinie des Schicksals. Denn leider könnte schon allein die Tatsache, dass du dieses Hörbuch angefasst und begonnen hast, dich und alle, die du kennst, einer Substanz ausgesetzt haben, die, so behaupten Wissenschaftler, höchst instabil, medizinisch unkontrollierbar und hochreaktiv ist. Oder wie es ein Krankenpfleger völlig verdutzt ausdrückte, sowas haben wir noch nie gesehen, Herzchen. Sei also vorbereitet. In den nächsten Tagen könnten dich die folgenden Symptome heimsuchen. Wenn du dir vorm Schlafengehen ein Bad einlässt, willst du das Wasser trinken, statt dich reinzusetzen. Du verspürst auf einmal ungewöhnliche Schmerzen. Und zu guter Letzt, aber du musst dir deswegen keine Sorgen machen, fängt an deinem Körper etwas an, ähm, zu wachsen. Nein, warte! Hör nicht gleich schreiend auf, zuzuhören. Komm zurück! Die Chancen, dass dir das passiert, sind super gering. Ungefähr eins zu einer Million oder einer Billion oder eins zu hundert. Ich hab's nicht so mit Dezimalzahlen. Ehrlich, es ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn doch was passieren sollte, bringt es absolut gar nichts, ins Bad zu rennen und dir die Hände zu schrubben. Denn es sind nicht deine Hände, um die du dir Sorgen machen musst. Zerbricht dir aber nicht weiter den Kopf darüber, okay? Selbst wenn du dich angesteckt haben solltest, bist du zumindest nicht allein. Uns ist dasselbe passiert. Wir sehen ja alle ein bisschen merkwürdig aus. Oder wie Mama es diplomatisch ausdrücken würde. Sind wir nicht gewachsen, Melissa? Und ja, so heiße ich. Wie der Melissentee. Mama hat eine Schwäche für Gewürze, Kräuter und Pflanzen jeder Art. Es hätte also viel schlimmer kommen können. Sie kocht auch gern mit Petersilie. Als die Zeitungen und Journalisten auf meine Geschichte aufmerksam wurden, verbreiteten sie erstmal eine Menge Lügen. Die größten waren, erstens, ich kam aus einem kaputten Zuhause. Zweitens, Mama war eine schreckliche, alleinerziehende Mutter. Drittens, bei meinem familiären Hintergrund brauchte man sich nicht zu wundern, dass ich getan hatte, was ich getan hatte. Nichts davon entsprach der Wahrheit. Naja, außer, dass Mama alleinerziehend war. Aber es war nicht ihre Schuld, dass ich meinen Vater vom Acker gemacht hatte, als ich noch ein Baby war. Eine der Schlagzeilen ging mir jedoch unentwegt im Kopf herum. Denn mein Zuhause war kaputt. Allerdings nicht so, wie sie das meinten. Nicht auf eine Ich-trug-zerschlissene Hosen und putzte mir die Zähne mit Zucker, Art und Weise. Doch unser Zuhause fühlte sich wirklich abgenutzt und kaputt an. Irgendetwas ging immer schief. Wenn du mal bei mir vorbeigeschaut hättest, hättest du das auch so empfunden. Das Ticken der Uhr im Flur verfolgte einen im ganzen Haus, als würde sie missbilligend mit der Zunge schnalzen. Der Wasserhahn in der Küche tropfte ununterbrochen, als würde er weinen. Wenn man vor dem Fernseher saß, verstummte er mittendrin plötzlich. Egal, was gerade lief, als hätte er sich für immer in die Schmollecke verzogen und wollte nie wieder mit irgendjemandem reden. Nie wieder. Schwarzer Schimmel breitete sich in den Ecken des Badezimmers aus. In einer Art verzweifeltem Fluchtversuch ploppten unsere Vorhänge ständig von den Gardinenstangen. Und jedes Mal, wenn wir die Spülung betätigten, beschwerten sich die Rohre lauthals über das, was sie schlucken mussten. Oh ja, wenn du zu uns nach Hause gekommen wärst, hättest du schon nach ein paar Sekunden wieder verschwinden wollen. Du hättest dir irgendeine Ausrede zusammengestammelt wie, ähm, mir fällt gerade wieder ein, ich hab Mama versprochen, heute das Dach zu staubsaugen, muss los! Und dann schnellstmöglichst das Weite gesucht. Außer meiner besten Freundin Nia hielten es nicht viele Leute lange bei uns zu Hause aus. Und rate mal, wie unser Zuhause hieß. Haus Frohgemut. Aber um ehrlich zu sein, war ich den Leuten nicht böse, dass sie sich davon machten. Denn es waren nicht nur die Feuchtigkeit, die Wasserhähne und die protestierenden Rohre. Es war das alles zusammengenommen. Es war die Stimmung im Haus. Und die war überall zu spüren. Eine verdrießliche Verdrossenheit. Eine niederdrückende Niedergeschlagenheit. Eine trübe Trostlosigkeit. Es kam mir immer so vor, als wäre Haus Frohgemut wütend oder unglücklich. Und es gab fast nichts, das nicht von dieser Stimmung angesteckt wurde. Sie durchdrang alles. Von der durchgesessenen Couch im Wohnzimmer bis hin zum schlappen Kunstfahren im Eingang, der immer so aussah, als wäre er kurz vorm Verdursten, obwohl er aus Plastik war. Am allerschlimmsten war aber, dass diese Traurigkeit manchmal auch in Mama sickerte. Natürlich gab sie das nie zu. Aber ich wusste es einfach. Sie war in ihr, wenn sie am Küchentisch saß und ins Leere starrte. Sie war in ihr, wenn sie morgens die Treppe hinunterschlurfte. Ich sah sie an. Sie sah mich an. Und in den langen, qualvollen Sekunden, bevor sie endlich lächelte, dachte ich immer, sie breitet sich aus. Doch was konnte ich schon tun, um alles in Ordnung zu bringen? Ich war keine Klempnerin. Ich war die Kleinste in unserem Jahrgang und kam nicht an die Gardinenstangen heran. Die einzige Methode, die ich kannte, um den Fernseher zu reparieren, war draufhauen und beten. Stattdessen hatte ich eine andere Lösung. Und die bestand darin, diese sehr einfache Regel zu befolgen. Sei brav in der Schule, sei brav zu Hause und tu immer, was man dir sagt. Und genau das tat ich. Brav sein war meine Stärke. Ich war so brav, dass meiner Mama regelmäßig die Schuhkartons ausgingen, in die wir meine Siegerurkunden für folgsamstes Kind und Schulregelnmeisterin räumten. Ich war so brav, dass die jungen Lehrer zu mir kamen, wenn sie Fragen bezüglich der Kleinlich-Schulregeln hatten. Wie zum Beispiel, dürfen Schüler draußen herumrennen? Antwort, nie. In einer Gefahrensituation ist leichtes Joggen erlaubt, zum Beispiel, wenn man von einem Bären gejagt wird. Und selbst dann braucht man eine schriftliche Genehmigung, die man 28 Tage im Voraus beantragen muss. Darf man unseren Schuldirektor Herrn Kleinlich anlächeln? Antwort, nie. Er zieht einen gesenkten Blick als Zeichen von Respekt vor. War er schon immer so streng und angsteinflößend? Antwort, genau genommen ist das keine Frage zu den Schulregeln, aber da du neu bist, lasse ich es dir dies eine Mal durchgehen. Und ja. Ich war so brav, dass ich zum zweiten Mal hintereinander Schülersprecherin war. Ich war so brav, dass mein Spitzname an der Schule braves Mädchen Melissa lautete. Naja, er hatte braves Mädchen Melissa gelautet. Bis Chrissy Valentini ihn irgendwann am Anfang der fünften Klasse ein klein wenig zu Schleimerin Melissa verändert hatte. Aber das erzählte ich den Lehrern nie. So brav war ich. Und jedes Mal, wenn ich mit der neuesten Urkunde nach Hause kam, lächelte Mama und nannte mich ihr braves Mädchen. Und dieses Gefühl des Zerbrochenseins verließ sie und kroch zurück in die Ecken des Hauses. Für eine Weile. Und dann zerbrach am ersten Schultag der sechsten Klasse letzten September noch etwas anderes. Etwas, das mir sehr am Herzen lag. Mein Leben. Die Terrasse war schuld. Ich war nach der Schule nach Hause gekommen. Mama, die Glückliche, war noch bei der allerbesten Arbeit der Welt. Und würde erst in zweieinhalb Stunden zurück sein. Ich hatte vor, mich zu entspannen, indem ich die Küche putzte, meine Schulschuhe polierte und meine Hausaufgaben machte, denn das war mein Ding. Mama war nicht gerade begeistert davon, mich allein zu Hause zu lassen. Aber sie arbeitete Vollzeit und hatte erst... ... ... ... ...